Viele Heizkörper verfügen nicht über eine Möglichkeit, aufgedreht oder abgedreht zu werden, abhängig von der Raumtemperatur. Das heißt, sie verfügen nicht über ein sogenanntes Thermostatventil, sondern dieser Teil hier, den ich hier schon geöffnet habe, ist meistens mit einer grauen, halbrunden Schutzkappe überzogen, die man leicht abdrehen könnte und der Heizkörper ist sozusagen immer voll aufgedreht.